Oh mein Gott! Clown Creeper! Oh mein Gott! What? Ich bin Batman! Freunde, einen wunderschönen guten Tag! Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum letzten Part vom Minecraft DLC mit Batman. Ja, da das Interesse nicht so groß war an den Folgen, dachte ich so, okay, machste das Ganze jetzt alles noch in einer Folge mit Joker, mit Clayface, mit allem drum und dran. Und ja, das war auch der Plan gewesen. Der Plan war auch wirklich gut gewesen. Aber warum es gescheitert hat, werdet ihr ja im Laufe des Videos auf jeden Fall sehen. Angefangen haben wir bei Clayface und bei Glühwürmchen. Warum Glühwürmchen? Ja, es stand da oben nämlich. Nachdem ich ein paar Schweine weggemacht habe, einen Feuergolem, sind wir auch schon bei Clayface und bei Glühwürmchen angekommen. Und ja, rucki, rucki, zucki, haben wir die dann halt weggemacht. Zwölf Minuten hat es gedauert. War jetzt kein schwieriger Bosskampf gewesen. Und somit war das ganz, ganz schnell gegessen gewesen. Wir mussten, beziehungsweise ich musste aber noch Mr. Freeze nachholen, weil ich es immer noch nicht gemacht hatte. Bin aber schnell reingerannt. Hab Mr. Freeze eben weggemacht mit dem TNT-Wagen, den ich durch Clayface und Firefly bekommen habe. Der richtig, richtig stark ist. Ja, war das Ganze auch kein Problem mehr gewesen. Und ja, somit hatte ich alle Steine gehabt, um das Portal zu schließen und dann endlich zum Joker zu kommen. Okay, da sind wir auch schon. Jetzt knallen wir hier die Steine rein, die wir... Rück den Knopf. Boah, es ist so laut. Okay, so ist schon besser. Okay. Alfred, ich komme! Wo bin ich hier? Okay. Da vorne ist das Arkham Asylum. Okay. Ah, nein! Nein, oh mein Gott, zu weit! Mein Gott, ey, geh! Von wo? Ich habe auf jeden Fall den Joker schon im Hintergrund gesehen. Warte mal, ich knalle mir mal eben schnell meine ganzen Ausrüstungsgegenstände hier vorne hin. Genau, perfekt, perfekt. Warte mal, die Karte brauche ich doch jetzt gerade nicht. Außerdem können wir mal gucken, wie es hier aussieht. Wo bin ich überhaupt? Werde ich gar nicht angezeigt. Ne, krass, okay. Wir müssen da rüber. Hä? Was? Was? Alter, jetzt mach mich nicht fertig. Jetzt... Boah, bitte nicht. Bitte lasst das Spiel nicht backen, bitte. Ich muss ja da rüber. Dahin ist der Joker und da seht ihr auch Alfred. Ne, na, die sind da alle, okay. Okay, wir gehen mal direkt hier rüber. Ach, bitte nur. DG, er macht's nicht. DG, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Jetzt hole ich gleich, wirklich. Also, jetzt hole ich gleich, echt. Nicht, wie lange das Eis jetzt hier bleibt. Nicht lange. Dürfte eigentlich nicht. Ich probier's jetzt nochmal hier aus. Was? Hä? Es hat die ganze Zeit funktioniert. Guck mal, es backt. Guck mal, ich kann's doch nicht verschieben. Es backt. Nein, DG. Ah, ne, nochmal mach ich das jetzt nicht. Dann... Dann ist egal. Ey, ich hab extra... Ey, ich hab jetzt... Das denkst du dir jetzt echt nicht aus, ne? Spiel wieder... Es ging. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Oh, DG, das ist... Das ist wirklich schlecht. Wirklich. Jetzt bin ich wirklich sauer. Wirklich. Jetzt bin ich wirklich sauer. Also, bei allem Respekt. Jetzt bin ich wirklich sauer. Ich hab das jetzt zweimal neu gestartet. Hab jetzt alles gemacht. Und es lief bis gerade noch. Dann starte ich die neue Aufnahme. Damit ich dann eben... Ja, jetzt bin ich wirklich sauer. Also, jetzt versuch ich auch, mein Geld zurückzubekommen. Weil, das ist... Das ist nicht normal. Wirklich nicht. Also, das ist... Das ist echt nicht normal. DG, wie kann man etwas machen, wo es dann voll im Booty ist, Alter? Voller Bugs. Du speicherst das Spiel und das ganze Spiel wird zerstört. Da hab ich leichte Vibes von Lego Dimensions. Als mein ganzer Spielstand weg war. Hieran sieht man das. Dass das hier wieder bugt. Seht ihr hier? Weil ich jetzt noch nicht... Ich kann es nicht aufnehmen und verschieben. Wie das hier. Seht ihr hier? Das hier zum Beispiel. Kann ich alles verschieben. Aber hier, den hier. Kann ich nicht mal jetzt verschieben. Ihr seht es hier. Deswegen bugt das. Ihr seid da gerade auch wieder... Das ist scheiße. Ohne Flachs. Das ist größter Much. Wirklich. Das ist größter Much. Ach. Geh. Oh, da bin ich sauer. Ohne Flachs. Also, da bin ich wirklich, wirklich stinkig. Also, so... So weit kann ich gar nicht haben. Mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin hier einfach... Ich bin hier rübergegleitet. Vielleicht klappt es nochmal. Oh mein Gott. Hoffentlich brauche ich da hinten die Dingens nicht. Den Greifarm. Hoffentlich brauche ich da hinten den Greifarm nicht. Das wäre so super, ne? Wenn ich das... Oh mein Gott. Ich bin so rübergegleitet. Okay, da ist der Joker. Bitte lass mich sofort kämpfen. Komm. Komm, wir kämpfen sofort, Joe. Hörst du auf? Okay. Boah, bitte lass mich den Greifarm nicht brauchen. Bitte. 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 Okay, wir versuchen es. Wir versuchen es. Pfe. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Was ist das? Gast? Wo? Da oben. Clown-Gast. Alter, wie viel die Schafe schlucken, ne? Sterben nicht, die fetten Viecher. Muss ja weg. Wir können wirklich nur hoffen, dass wir Dinge jetzt nicht benötigen. Was ist da oben? Was ist das denn für ein Pleitegeier? Oh mein Gott. Clown-Creeper. Oh mein Gott. What? Mein Gott. Oh, oh, oh. Okay, da muss ich hoch. Ich sehe es. Und let's go. Mist, aber das klappt. Das klappt. Das klappt. Ich weiß wie. Einmal Vollgas. Und jetzt rüber. Okay. Noch, okay. Noch ist alles gut. Okay, noch ist alles cool. Da vorne ist gleich der Eingang. Okay. Okay. Kurz gucken. Okay, weiß ich jetzt nicht. Nein. 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 Ob das schon reicht? Das könnte schon reichen, um da reinzukommen. Das könnte schon ausreichen. Aber ich verbrenne. Könnte ich das schaffen? Ich kann das schaffen, ne? Ich glaube, ich schaffe das. Alfred! Ja, locker, locker, locker. Oh mein Gott, bitte jetzt. Bosskampf, bitte. Was? 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 Ich muss irgendwelche Schalter um... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie diese Gumpas in Mario. Was bist du? Was bist du? Mein Gott, was geht hier ab? Mein Gott, was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Nein, ich brauch Dingens. Das war's. Ja, jetzt war's das. Ja. Ja, ich komm da nicht rüber. Ah, so hart gehofft und gekämpft. Nee, jetzt ist es vorbei. Ich glaub, hier hoch komm ich nicht. Ich glaub, hier hoch ist nicht machbar. Versuch's mal mit dem Eiswerfer. Okay. Okay. Jetzt wird kritisch. Okay. Okay. Ich kämpfe. Ich bin am Kä... Das ist vorbei. Ich hab gekämpft. Ich hab alles versucht. Ich hab alles versucht, Chad. Ich hab alles versucht, Leute. Das ist vorbei. Ich hab alles versucht. Schade, ey. Ich muss hier weg. Gott, die will mich fressen. Habt ihr gehört? Oh mein Gott. Okay, wir schauen mal. Vielleicht kann ich auch hier lang. Wir geben alles. Wir kämpfen. Wir versuchen. Wir tun. Wir machen. Wir geben nicht auf. Immer noch, wenn wir irgendwo einen kleinen Hoffnungsschimmer sehen, versuche ich weiterzukommen. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Aber ich werde mein Bestes geben. Okay. Okay, wenn ich hier rüberkomme. Okay. Dann da rüber. Da rüber. Und dann da rüber. Sind wir... Okay, sind wir wieder ein Stück weiter. Alter, wir kämpfen. Bekämpfen. Auch mit Bugs. Bekämpfen. Auch mit Bugs. Wir sind am Machen. Wir sind Macher. Da komme ich, glaube ich, nicht so durch. Schade. Schade. Ich dachte, vielleicht, wenn der Creeper explodiert, hätte durchaus sein können. Hätte. Komm, ja. Wait a second. Wait a second. Ja. Ja. Es geht weiter. Ja, auch wieder. Ah, daneben. Let's go. Let's go. Aber was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Ah. Nein. Ich muss jetzt... Echt jetzt? Oh nein. Und jetzt war es das. Ja. Jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es wirklich vorbei, weil da komme ich ja nicht hin. Schade. Schade, schade, schade. Muss man so sagen, wie das ist. Hart gekämpft, meine Freunde. Wir haben hart gekämpft. Hart gestruggelt. Alles versucht, alles gegeben. Aber wir kommen hier definitiv nicht durch. Wir haben mit einem Bug, wenn wir uns da durchknallen. Ah, schade. Ich dachte, vielleicht können wir uns da irgendwie durchgelitschen. Habe ich gedacht. Ja, leider war da wirklich nichts mehr zu machen. Ich bin da noch ein paar Minuten rumgelaufen. Habe nochmal einen anderen Weg gesucht. Aber ja, ihr habt es gesehen. Wir brauchten Tatsache den Greifarm. Dass ich überhaupt so weit ohne Greifarm gekommen bin, war ja schon ein Wunder gewesen. Ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr schade. Ich bin sehr, sehr enttäuscht, da ihr wirklich BDs auch sauer, weil sowas darf nicht passieren. Und dann sollen sie es updaten oder so. Und bei mir sind jetzt zweimal passiert. Weiß ich nicht. Also unangenehm. Man hat so viele Stunden dann jetzt da verbracht, dann zum Joker zu kommen. Und am Ende des Tages hast du nichts davon. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Wie gesagt, überlegt euch zweimal, ob ihr euch das kauft. Ich würde euch davon abraten, weil es hat einfach zu viele Fehler. Und ihr seht ja, was man dann am Ende des Tages davon hat. Da könnt ihr wieder anfangen und mit, ja, könnte wieder passieren. So wisst ihr, wie ich meine. Muss nicht sein. Von daher, ja, ihr könnt es leider auch nicht zurücksetzen. Was soll ich euch sagen. In dem Sinne, Freunde, breche ich das Projekt damit dann jetzt hier ab. Und konnte es leider nicht abschließen. Aber ihr habt gesehen, es lag nicht an mir. Es lag Tatsache an dem Spiel. In dem Sinne, Freunde, wünsche ich euch bis dato einen wunderschönen Tag. Schaut euch Sonic sehr, sehr gerne an. Ein wunderbares Spiel. Und, ja, am Freitag geht es dann los mit Pokémon. Dort auch dickes Gewinnspiel hier auf dem Kanal, Freitag. Und nachmittags dann auf Twitch-Livestream. 13 Uhr geht es da los. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. In dem Sinne, alles Gute. Und wir sehen uns, Freunde. Ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.